So spannend ist es hier im Kirschbein. Und die spannendsten Geschichten erzählten mir die Pflegerinnen. Sie haben mir immer alles genau erklärt. Und nicht nur einfach etwas gemacht. Ich wusste immer, was passiert. Wenn sie meinen Puls messen, eine Spritze geben oder einen Verband wechseln. Wie bei diesem Junge. Und an meinen Eltern haben es alles super erklärt. Was mir gefällt, bei uns stehen die Patienten und ihre Familie im Mittelpunkt. Wir helfen, die Kinder gesund zu werden. Und das seit 1874.